Roland Zitt ist ein Mann der Tat. Als Transport- und Erdbauexperte sorgt er mit seinem Team für kompromisslose Qualität und professionelles Handling ihrer Aufträge. Der zuverlässige Partner ist auf Aushubarbeiten, Planierungen, Hangsicherungen und Abbrucharbeiten spezialisiert. Alle Erdbauarbeiten beim Hausbau inklusive Außenanlagen sowie die Errichtung von Steinmauern und Wegbauten in steilem Gelände sind für die Mitarbeiter kein Problem. Zudem bereitet das Team Asphalt, Beton sowie Bauschutt auf und betreibt eigene Bodenaushubdeponien. Damit ist eine gesetzeskonforme Entsorgung der Abfälle gewährleistet. Der moderne Fuhrpark des zertifizierten Betriebes umfasst Kettenbagger bis 22 Tonnen, Schreitbagger, Raupenfahrzeuge, Radlader sowie LKW mit Kipper und Kran. Erfahrene und fleißige Mitarbeiter garantieren stets effizientes Arbeiten. Zitt Transporte Erdbau – das kundenfreundliche Unternehmen aus dem Tannheimertal.